Hallihallo, ich bin Hellout1986. Und ich Prototyp CD. Ja, wir haben eine kleine Mitteilung zu machen. Und zwar gebe ich auf. Ja, und du weißt, was es für dich bedeutet, oder? Nein, ich weiß es noch nicht, aber ich denke, du wirst es mir gleich erklären. Aber lass mich kurz noch erklären, warum ich aufgegeben habe. Ja, okay. Und zwar, ja, der Prototyp, der ist ja so abgegangen in seinen letzten drei, vier Videos. Und ich hatte noch so drei, vier Stunden, nein, nicht drei, vier Stunden, aber noch so vier, fünf Folgen Material auf meiner Festplatte liegen. Wo ich noch nicht mal ansatzweise so weit war. Also ich habe gesehen, dass ich das nicht mehr einholen kann. Und ja, die jüngere Generation hat gegen die ältere Generation gewonnen. Und jetzt bin ich gespannt auf meine Sprache, äh, Strafe. Ja, aber da gibt's... Also du darfst entscheiden, da ich so nett bin, weil du aufgegeben hast, lass ich dich entscheiden. Kennst du das Lied Pippi Langstrumpf? Natürlich kenne ich Pippi Langstrumpf. Also entweder du singst, also machst eine neue Strophe mit Hey Prototyp. Okay. Oder kennst du das Lied Just Dance von Lady Gaga? Ja, das kenne ich auch. Ja, oder da machst du etwas davon. Ach du Scheiße. Du hast so lange Zeit, wie du willst. Also nicht gerade ein Jahr oder so. Ja, das ist ja schon. Ja, ich werde mich da die nächsten Tage sowieso dran setzen. Ja, ich weiß es nicht. Okay. Ja, hey Prototyp. Oder, äh, hey Prototyp. Ich glaube, ich ne Pippi Langstrumpf, da finde ich vielleicht, da krieg ich vielleicht was Besseres. Äh, ich hab's bei Just Dance schon ein bisschen ausprobiert mit meinem Namen und da ist mir schon was eingefallen. Ja, dir ist was eingefallen. Ich nehm Pippi Langstrumpf. Okay. Das ist dementsprechend genug. Ja, ich, äh, ne. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von meiner Seite aus, also. Ey, so ein Scheißspiel. Ich hab's ja von Anfang an gesagt, dass ich gewinnen werde. Ja, aber hast du gut geschlagen, muss man wirklich sagen. Ja, jetzt hab ich mehr Zeit für meine anderen Plays. Ja. Und du jetzt auch wieder. Du hast ja derzeit wenig hochgeladen, hab ich gesehen. Ja. Gut, okay, dann wird es, äh, irgendwann in der nächsten Zeit Bibi Langstrumpf, äh, auch Prototyp-CD-Version geben von mir. Da freu ich mich drauf. Ne, ich hoffe es nicht. Okay, äh. Das war's von unserer Seite. Ja, ich hoffe, das Race hat euch trotzdem mal ein bisschen gefallen. Vielleicht wird es irgendwann nochmal ein Spiel geben, was auch ich etwas besser beherrsche und er nicht. Dann können wir nochmal über ein Real-Match reden. Ich bin derzeit bereit. Hab ich mir gedacht. Okay. Ich bin Herr von 1986. Ich Prototyp-CD. Bis dann. Ciao.